Und dann wird das Trollreich auferstehen! Hallo und herzlich willkommen. Ich hab mich mal über das Dungeon Browser Tool angemeldet. Sie hat irgendwas erzählt von Suhl, wird alle erwecken und dann wird das Trollreich auferstehen. Den ersten Part hab ich jetzt, also das erste was sie da sagt, hab ich jetzt nicht mit erwischt. Ich werd aber einfach auch wieder sozusagen Sachen skippen, die jetzt nicht so interessant sind. Also zum Beispiel diese Kämpfe hier, oder wenn ich wieder heimlich Kirschner und damit ein bisschen die Gruppe korumpiere hier oder verhindere. Da ist also Rezan, der wird jetzt einfach mal so platt gemacht, wahrscheinlich, von uns. Und Dämonenjäger, die werden sich an den Kopf fassen, was ich hier treibe. Das tut mir so leid. Geht zur Meide, ich sehe nie, okay. Macht wahrscheinlich niemand mehr heutzutage hoch. Ah, okay, ich bin verängstigt. Oh, jetzt werd ich auch noch verfolgt. Ja, also der Kampf ist halt... Ich bin außer Reichweite. Ein Bosskampf, es ist relativ spät im Spiel, weshalb der Kampf relativ easy peasy ist, würde ich jetzt mal sagen. Also ich würde nicht sagen, dass wir hier irgendwie rumwipen. Ich hab, glaube ich, gerade irgendwelche Sachen geholt, weil ich in irgendwelche Dinger am Boden reingeglitscht bin. Aber falls gleich eben eine Sprache kommt, weil das ist ja jetzt hier gleich vorbei quasi mit dem Feind. Und der wird vielleicht auch gleich irgendwas sagen. Der arme Rezan, der einfach, ja, tot ist. Ich hab am Anfang vom Spiel, da hab ich ja Allianz gespielt und hab gedacht, ja, wir typen hier so einen untoten Deal. Okay, aber jetzt find ich das schon sehr traurig. Vor allem, er sagt auch nichts mehr. Okay, Yasma sagt stattdessen was. Die müssen wir ja auch noch töten. Und ich denke, wir sehen uns dann gleich bei Yasma. Oder bei wer auch immer. Priesterin von Alunsa. Kommt jetzt als nächstes. Gut, dann sehen wir uns bei der. Oder wir sehen uns einfach immer, wenn irgendwie jemand was sagt. Dann bis gleich. Meister, wer mich neu machen. Ihr habt Volkhal in Einzelteile zerlegt? Macht nichts. Ich baue ihn neu. Aber wenn ihr stirbt, kommt ihr nicht mehr zurück. Diener von Yasma sind hier nicht willkommen. Meine Clown werden euer Herz finden. Ich muss euch danken, dass ihr die Priesterin umgebracht habt. Damit habt ihr meinen Einfluss auf den Tempel nur gestärkt. Beeindruckend. Ihr seid weitergekommen, als ich gedacht hab. Aber ich werde trotzdem euer Blut trinken. So, erwacht bald. Aber das erlebt ihr nicht mehr. Wir gehen jetzt zu Yasma. Das ist der Bosskampf. Eure Seele wird brechen. Mit der Spinne. Sie. Wird jetzt einfach mal, denke ich mal, von uns besiegt. Und das war es dann wahrscheinlich erst mal mit der Story in Zulda. Aber ich hoffe, hier kommt. Danach halt was. Also wenn wir sie besiegt haben. Dass wir irgendwie den Thron gerettet haben. Oder was weiß ich. Irgendwie sowas. Äh, ja. Ich mache keinen Damage. Weil ich irgendwie dabei hier noch labern muss. Und irgendwie auch auf die Uhr schaue. Und mit meinen Let's Play. Das ist echt, ähm. Eure Seele wird brechen. Schwierig. Und ich sehe auch gerade einen, der macht einen Iron Man. Und das besetzt sich als Let's Play. Okay, Zul wird eure Geister auslöschen. Und Respekt. Also der macht einen Iron Man Let's Play und redet dabei. No. Das ist schon. Ja, ich kann das nicht. Ich kann, also. Musste ich wahrscheinlich irgendwie noch sehr viel üben. Jedenfalls haben wir sie jetzt besiegt. Und jetzt können wir mit Prinzessin Talanji sprechen. Und dort sehen wir uns auch gleich wieder. Ich mache nochmal so einen kleinen Überblick hier über diesen wirklich schön gestalteten Dungeon. Ich mag den. Also. Alles so ein bisschen aus Gold. Und. Ja, auch passende Musik dazu. Da unten. Die Mobs haben wir jetzt noch nicht gemacht. Aber ich komme auch so raus. Genau. Und wir haben Jasma besiegt. Ich weiß gar nicht, was Zul jetzt dann macht. Wenn wir jetzt Jasma besiegt haben. Er ist ja jetzt so ziemlich alleine. Und damit sehen wir uns gleich bei Talanji. Wir sind hier wieder im großen Siegel. Hier sind die Weihnachtsbäumchen aufgestellt. Weil ja, bald Weihnachten ist. In echtem Leben. Und auch in B.U.B. Die stehen immer noch vor der Tür. Ich frage mich, ob die irgendwann mal weggehen, wenn wir das gesichert haben. Und ich hoffe, Talanji steht jetzt hier. Steht sie hier? Ja, sie steht hier. Okay. Hi, Talanji. Hi, Bane. Und ja, was hast du uns zu sagen, du kleine Weihnachtsfee? Viel zu tun. Macht's kurz. Jasmas abscheulicher Verrat lässt sich kaum in Worte fassen. Es könnte uns ein wenig Zeit kosten, noch tiefer in Nathal-Dazar vorzudringen. In der Zwischenzeit gibt's noch mehr zu tun. Auf dass die Schädel eurer Feinde eure Kleider schmücken. Okay. Was hat sie gesagt? Auf dass die Schädel eurer Feinde eure Kleider... Wissen? Aber okay. Quest in der Aktiefer nach Kul-Tiras hinein. Es ist Zeit, unseren Einfluss in Kul-Tiras weiter aufzubauen. Kehrt so klar gelieb zurück. Von dort aus werden wir weitere Vorgängsweise planen. Das machen wir später, Nathalos. Wir wollen weiter nach Suldazar hinein. Denn ich hatte vor, jetzt eigentlich eine neue Map zu öffnen. Ich mach die Nessing-Wary-Quests und so auch noch. Aber ich glaube, Main-Story-technisch sind wir durch Suldazar durch. Ich schau dann mal, was die anderen Quests noch bringen. Und ich habe vor, jetzt nach Woldun zu gehen. Denn da ich nicht vorhatte, mich selber zu spoilern, hab ich das alles halt wirklich auch noch nicht gespielt. Ich hab in Woldun so die ersten Quests gemacht und dann aufgehört. Weil ich dachte, ich möchte das halt gern als Let's Play machen. Weil sonst ist die Reaktion nicht authentisch. Sonst ist die mehr so, oh, oh, was ist das? Und deswegen mach ich jetzt mit Woldun weiter. Und zwar, die Geheimnisse von General Jakraset verbergen sich irgendwo im Sand. Reist zu den Dünen und sammelt Beweise, um ihn seines Amtes zu entheben. Okay, wir entheben ihn wahrscheinlich auch dann seines Amtes. Mal schauen. General Jakraset verabscheut die Horde und treibt ein falsches Spiel. Solange er noch an der Macht ist, wird die Stadt niemals sicher sein. Wir sind nicht allein mit unseren Vorbehalten. Sprecht mit Prinzessin Talanji, um mehr zu erfahren. Okay, Talanji, was sagst du denn dazu? Sandala für immer. Jakraset stellt für mein Königreich und eure Horde eine ernsthafte Gefahr dar. Es wäre keine schlechte Idee, wenn ihr ein Auge auf seine Aktivitäten werft. Okay, das machen wir. Ihr müsst nicht zu trauen. Er hat irgendwas vor, aber ich weiß nicht, was es ist. Wer seine Befehle hinterfragt, den schickt er geradewegs in die Sande. Solange er an der Macht ist, ist meine Stadt nicht sicher. Sprecht mit seinen Wachen und seht, was ihr herausbekommen könnt. Aber seid so diskret wie möglich. Wir wollen ja schließlich nicht, dass Jakraset Verdacht schöpft. Mögen die Loa über euch wachen. Ja, und über dich, Talanji. Mögen sie auch über dich wachen. Wir gehen dann mal alle befragen. Können wir hier Gong? Komm her, können wir was bekommen von Gong? Ja, haben wir. Okay, hallo. Vollstreckerin Sekal. Grüße. Wenn ihr was wollt, dann macht's kurz. Was könnt ihr mir über General Jakraset erzählen? Seid ihr lebensmüde? General Jakraset hat überall Augen und Ohren. Okay. Sprecht los. Warum fragt ihr sowas? Wollt ihr raus in den Sand geschickt werden? Anscheinend, ähm... Hinterfragt man Jakraset nicht. Vollstrecker der Kanji. Was hat euer Aufenthalt für'n Zweck? Ich stelle keine Fragen. Ich befolge Befehle. Ihr solltet besser dasselbe tun. Ja, aber er kann mich ja nicht leiden und gibt mir keine Befehle. Auf euren Kopf ist der Preis ausgesetzt. Dein Ernst? Jakraset lässt euch grüßen. Ich habe kein Seelen. Aber er verschwindet wieder, weil ich weggeflogen bin. So, pio. Ah, ich hoffe, wir kriegen jetzt trotzdem noch irgendwelche Sachen. Hey, ihr da hier. Seid ihr der Fremdling, der überall nach dem General fragt? Ja. Ja. Talanji hat euch geschickt, was? Die Prinzessin sollte wissen, dass es nicht mehr sicher ist, offen solche Fragen zu stellen. Kriegswache Rackera war so unvorsichtig und seitdem hat keiner mehr was von ihr gehört. Angeblich wurde sie nach Woldun verbannt. Folgt Klingenwache Kaya. Gehen wir ein Stück, aber bleiben wir unauffällig. Kriegswache Rackera war meine Kommandantin. Die beste, die diese Stadt je hatte. Sie hat mir gesagt, sie kann beinahe beweisen, dass General Jakraset ein Hochverräter ist. Seitdem habe ich nix mehr von ihr gehört. Was sie dort rausgefunden hat, hat ihr eine Reise in die Wüste eingebrockt. Die Dünen sind ein Todesurteil. Ich werde nicht rumstehen und zusehen, wie Rackera vom Sand verschlungen wird. Wie ihr sehen könnt, sind auch in unseren Reihen noch ein paar, die das gleiche glauben. Klingenwache Kaya, du hast hier deine kleine Eskorte. Darf ich davon mal ein Foto machen? Ich bin hier Tourist. Äh, wo ist der Knopf? Vielleicht auch nur von Kaya? Bist du hübsch genug? Bist du, kannst du ein Foto bekommen? Also ich bin schon wieder zu klein. Was kann ich mal für euch tun? Kein Bild mehr. Komm. Wir werden nicht zusassen, dass Rackera mit ihrem Wissen in den Sanden verschwindet. Was auch immer Rackera aufgedeckt hat, war wohl wichtig genug, um ihren Todesurteil in den Sanden einzubrochen. Wir müssen nach Voldun, um sie zu finden. Wir dürfen nicht zulassen, dass ihr Wissen über Jakraset mit ihr in den Dünen verloren geht. Fliegt in die Wüste von Voldun und sucht dort nach Kriegswache Rackera. Okay, Voldun ist anscheinend... Wir machen uns auf, wenn ihr bereit seid. Aber verschwendet keine Zeit. Rackera wird in den Sanden nicht lang überleben. Äh, so eine Art Exil für alle, die ein Todesurteil bekommen haben. Wie bei dem alten Add-on da, wenn die anderen da einfach aus der Stadt geschmissen werden. Das ist auch ein Todesurteil für die. Okay, dann reiten wir los. Ich habe das jetzt nur gesagt, weil vielleicht quatschen wir ja beim Reiten. Das ist ja beliebt. Hopps. Oh, ich darf nicht alleine fliegen. Okay. Wir müssen durch den Sumpf. Solange wir in der Luft bleiben und keiner uns sieht, sollten wir nicht so viele Probleme haben. Heißt das, wir müssen wieder durch den besagten Sumpf? Also den Sumpf mit den Bluttrollen, den netten. Und sie sagt, wir werden keine Probleme haben, solange uns niemand sieht? Na, da bin ich ja gespannt. Irgendwas blinkt auch schon gut. Aber ist okay. Hat uns niemand gesehen. Fledermäuse. Kaya, was sind das für Dinger da unter uns? Fliegt weiter und hofft, dass wir es nicht rausfinden. Okay, es gibt diese Insel. Sumpf. 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 Ich dachte, die verstecken sich unter den Dünen. Ihre Zahl scheint gewachsen zu sein. Tatsächlich. Fliegen wir nach Westen. Ich will keine unnötigen Konflikte. Dafür könnte es zu spät sein. Huch. Wir müssen schneller machen. Der König hat neugierige Gäste. Das könnte ein Problem werden. Tut ihr euren Teil, General. Und ich erledige meinen. Eindringlinge. Ihr werdet in diesen Dünen sterben. Rückzug. Bringt euch in Sicherheit. So weit weg von diesen Schlangen wie nur möglich. Unser Befehl lautet, es zu töten. Lassen wir es leiden. Nicht heute, ihr Schuppenköpfe. Seid ihr noch am Leben? Wie gut könnt ihr mit eurer Waffe umgehen? Ich hab keine Tränke mehr. Und zwischen hier und meinem Wagen lauert da ein ganzer Haufen Sethrak. Wenn ihr kämpfen könnt, würde ich etwas Hilfe durchaus begrüßen. Ist die süß. Und da man die mit dem nächsten Patch dann spielen kann. Ich will die unbedingt spielen. Ich will die da spielen. Also nicht die direkt. Nicht Nisha, sondern diese kleinen süßen Fuchsdinger. Aber okay. Wir sind in der Wüste angekommen. Und... Wir sind stärker, als wir aussehen. Nisha hat uns geholfen. Diese Schlangenleute werden für das bezahlen, was sie in meinem Zuhause angetan haben. Oh. Ihr müsst etwas Besonderes sein, wenn die Sethrak heute nicht auf der Stelle getötet haben. Entweder das, oder ihr bringt einen guten Preis auf dem Sklavenmarkt. Aber keine Sorge, wir kommen hier schon raus. Ich habe einen Wagen an Eingang, aber keine Waffe, mit der ich kämpfen könnte. Zum Glück scheint dieser Trag ja eine Menge davon zu haben. Wählt eine Waffe für Nisha. Okay, sie wird unsere Begleiterin entscheiden. Möge der Wind immer in eurem Rücken und das Schwerst immer in eurer Hand sein. Damage zu machen. Meinetwegen kann sie auch Damage machen. Sie ist so klein. Entweder so ein Stab. Ich finde so ein großes Ding ist ganz schön groß für sie, ne? Nimm doch hier so ein... Nimm die... Eine gute Wahl. Damit komme ich klar. Heute ist ein guter Tag zum Kämpfen. Sie mit ihren eigenen Waffen bekämpfen das Ei. Ich bin bereit. Blasen wir zur Sethrak-Jagd. Okay. Mein Volk wird frei sein. Antwort auf ihre Angriffe. Die Angriffe der Sethrak auf unsere Höhlen dürfen nicht ungestraft bleiben. Sie müssen lernen, dass sich nicht alle Bewohner der Wüste so leicht geschlagen geben. Das Einzige, was die Sethrak verstehen, ist Blut. Also werden wir ihnen ihre Lektionen in genau dieser Sprache erteilen. Nisha hält inne und schaut euch fragend an, als zweifelt sie daran, dass ihr sie versteht. Ich will damit sagen, dass wir die Sethrak hier töten müssen. Und zwar alle. Tötet Sethrak in den verlassenen Höhlen. Kampfgarderobe. Feinden die passende Ausrüstung zu beschaffen. Wir werden ihre eigenen Werkzeuge gegen sie verwenden. Helft Nisha, ein Kriegsbanner, ein Helm und einen Sprengstoff zu finden? Okay. Also, ich bin nicht passend gekleidet. Bringt mir einen Sprengstoff. Aber okay, wir verlassen die Höhle. Und... Seht, was die Sethrak unserer Heimat angetan haben. Hören kurz Nisha zu. Und wir kämpfen jetzt. Und wenn Nisha was sagt, werde ich das mit aufnehmen. Und wenn Nisha nichts sagt, dann werde ich aufnehmen, was sie danach sagt, wenn wir ein bisschen ihre Höhle gerecht haben. Bis gleich. Und wenn Nisha nichts sagt, dann werde ich das mit aufnehmen. Und wenn Nisha nichts sagt, dann werde ich das mit aufnehmen. Und wenn Nisha nichts sagen. Und wenn Nisha nichts sagt, dann werde ich das mit aufnehmen. Okay, sie sagt einfach zwischendurch mal was. Endlich so vertonte Quests quasi. Ähm. Wir gucken, dass wir sie schneller töten, dass sie uns dann nicht immer dazwischen quatschen. Ich habe Kiro gewarnt, dass sich die Sethrak früher oder später auf uns stürzen. Wir hätten uns wappnen können. Vielleicht hört er jetzt endlich zu. Wir herrschen über alles. Das kann nicht sein. Die anderen sind auch in Sicherheit. So, hier haben wir das Banner. Sag sie was. Jetzt wissen die Sethrak, wen sie fürchten müssen. Die Vulpera. Ha. Okay. Hier haben wir einen Helm. Bitteschön. Die Vulpera sind überhaupt nicht schwach. Sie werden uns fürchten. Cool. Heute ist ein guter Tag zum Kämpfen. Ich habe übrigens alle möglichen Sethrak getötet. Nisha. Wir Vulpera sind stärker, als wir aussehen. Ihr Blut strömt die Dünen bis zu ihrer Festung hinab. Die Sethrak werden es sich zweimal überlegen, bevor sie unsere Höhlen noch einmal angreifen. Lasst mir ein paar Sethrak übrig. Okay, und auf zum nächsten. Ihr könnt die Ausbreitung des Sandes nicht verhindern. Hier ist der Sprengstoff, Nisha. Diese Sethrak werden für das bezahlen, was sie unserer Heimat angetan haben. Mein Volk wird frei sein. Ich habe das Gefühl, die ist echt sauer. Jetzt bin ich bereit für eine echte Herausforderung. Bevor wir angegriffen wurden, hatte ich einen Plan für einen Angriff auf die Sethrak ausgearbeitet. Er wurde auf Grundlage einwandfreie Informationen geschmiedet. Das weiß ich, weil ich die Informationen selbst gesammelt habe. Ich habe ihr ganzes Lager inspiziert und eine Karte nach meinen Erkenntnissen gezeichnet. Mein Plan stützt sich auf diese Karte, aber sie befindet sich in den Händen von Giftzahnruferin Sakra, der Schlägerin, die den Sturmangriff auf meine Heimat leitet. Helft mir, sie zu töten, damit ich mein rechtmäßiges Eigentum zurückbekomme. Okay, sie hatte vor, die anzugreifen. Möge der Wind immer in eurem Rücken und das Schwert immer in eurer Hand sein. Mutig, mutig. Ihr könnt das Imperium der Treulosen nicht aufhalten. Weiß gibt es da eine Referenz, Sakra. Du hast dich jetzt vielleicht erschrocken, weil es ein bisschen übertrieben ist, für dich hier meine Gestalt zu zücken. Aber wann soll ich es sonst machen? Ihr könnt den Sturm nicht aufhalten. Ja. Wir Vulperer sind stärker, als wir aussehen. Mein Angriffsplan ist sowohl detailliert als auch gefährlich. Bitte schön. Diese Pläne werden unser Schlüssel sein, den Kampf zu den Sasra zu tragen. So, ich glaube, es ist Zeit, dass wir uns aus dem Staub machen. Hoffentlich ist mein Wagen noch in der Nähe. Ich fahre uns zu unserem Versteck. Ihr müsstet einfach nur Sprengstoff auf alle Sack werfen, die mutig genug sind, uns zu folgen. Gut lehrt sie das Fürchten. Kenn ich. Zwar nicht unbedingt mit Sprengstoff. Aber kenn ich. So, hier. Noch da, wo ich ihn gelassen habe. Da, ab geht's. Festhalten. Das wird holprig. Darf ich vorne sitzen? Nein. Wir bekommen anscheinend Besuch. Heißt sie willkommen, Champion. Na, dann werfen wir mal ein paar Bömpchen. Können wir die auch da auf die Vögel werfen? Ich glaube, wir haben es geschafft. Ich bin außer Reichweite. Okay, das ging schnell. Komm, noch mehr? Das Versteck sollte da vorne sein. Dort sind wir sicher. Zumindest für eine Weile. Ich will so ein... Äh, ist ja kein Lama, das ist ein... Ich will so ein Alpaka. Ich hätte gerne eine Alpaka. Oder haben die das dann als Reittier? Ich habe mich da gar nicht so erkundet. Aber ich glaube, die bekommen eine Hyäne. Ich habe mich nicht erkundigt, aber ich weiß es ganz genau. Ähm, yeah. Nisha, den Sanden sei Dank. Ihr seid in Sicherheit. Ich finde immer einen Weg. Ist das noch ein Überlebender? Sie wird es vielleicht nicht überleben. Sie ist schwer verwundet. Hm. Okay. Sie ist kleiner als er. Ist das ein Baby? Ich kann euch helfen. Okay, sie ist ein... Es ist nicht sicher, allein zu reisen. Nicht-Sethra-Kind, ein... Woldo-Nei-Kind. Kiro. Wollt ihr handeln? Das ist die Trollfrau, mit der ihr hergeflogen seid, nicht wahr? Für den Moment ist sie noch am Leben. Sehr toll, dass ihr sie gerettet habt. Mera hat eure Freundin in den Dünen gefunden. Der Blitzschlag hätte sie fast umgebracht. Ohne Behandlung wird sie nicht lange überleben. Die Stiche der Wespen in Wald sind schmerzhaft, aber ihr Gift hat heilende Eigenschaften. Aus ihren Drüsensäcken kann ich entnehmen, was ich brauche. Mit einer ordentlichen Menge an Gift sollte es uns gelingen, die Wunden eurer Freundin zu lindern. Die Dünen geben uns alles, was wir brauchen. Ist das eine Trollfreundin von euch? Ich bin froh, dass Kiro mir erlaubt hat, mich um sie zu kümmern. Er ist Fremden gegenüber zwar skeptisch eingestellt, aber er ist ein guter Heiler. Ich verspreche euch, dass sie aufwachen wird und wenn das passiert, wird sie sehr durstig sein. Hier in der Wüste gibt es kaum Wasser, aber ihr habt Glück. Der Hain, der dieses Lager umgibt, ist von Stacheldickblättern nur so überwuchert. Das Fruchtfleisch kann man nicht essen, aber der enthaltene Saft ist der beste Durstlöscher weit und breit. Drückt sie einfach kräftig aus und fangt den Saft aus. Und presst achtmal aus. Okay, bevor wir hier weitermachen, und zwar in der nächsten Folge, wünsche ich euch was. Vielleicht frohe Weihnachten. Vielleicht ist Weihnachten, wenn die Folge rauskommt, aber auch schon total vorbei. Und dann wünsche ich euch ein gesundes neues Jahr. Und vielleicht ist es aber auch dann schon 2020, weil ich gerade überhaupt nicht hinterherkomme. Und deswegen, ja, seid doch trotzdem gewünscht und gegrüßt für das Jahr 2020. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wo wir sammeln und sammeln und pressen und hoffentlich unserer Freundin hier helfen können, die hier munter schläft. Munter schläft ist auch so ein, ja. Okay, dann tschüss und bye bye. Bye bye.